Was geht ab Zockerinos und willkommen zu einer weiteren Folge Hitman 3 Ja und diese Mission heißt Am Ende der Nahrungskette Und in dieser Mission fahren wir nach Berlin Hm, da fällt mir was ein Wir fahren nach Berlin Oh kein Briefing, schade, jetzt bin ich aber enttäuscht Dann gehen wir mal ins Telefon Olivia Toller Flyer Oh, ich sehe schon, das wird eine sehr, sehr lange Mission, wenn das so weitergeht Eine Stunde später Willst du mich verarschen? Zwei Stunden später Da ist ein Auto mit Lichtern Das hättet ihr mir mal vorher zeigen können Meine Fresse, bin ich eine Stunde um die Tankstelle rumgelaufen, gefühlt ey Nur mit einem bruseligen Wald zu sein Betreten verboten, boah, richtig deutsch Ich sage, ich habe mir Berlin schöner vorgestellt Wir wurden kompromisiert Abort und weg weg, jetzt Wer? ICA Die trakten mich, ich weiß nicht, wie Das ist, was sie tun Wie viele? Ein Prima Asset und ein whole Pack von Up-and-Kommers Die haben den Club, die uns für uns infiltraten Chris, ich denke, ich habe einen von ihnen geklagt Geht jetzt, bevor sie dich spotten Endlich, jetzt gibt es aufs Maul, Bruder Oh, eine Kill-Everyone-Challenge mal Na? Ha! Ha! So, geben wir mal das alles Das würde ich auch mal sagen Es tut mir leid, Bruder Tut mir leid, Bruder Okay, wir wissen nicht, wie viele es sind So, jetzt muss ich meine ganzen Ziele suchen Schleichen wir uns mal ganz vorsichtig vorbei Was ist das denn ernst, Mann? Jetzt kommt die natürlich um die Ecke Oh, jetzt muss ich erst mal ein Selfie machen Die macht da ein Selfie Die macht da echt ein Selfie Ist die bekloppt? Oh, war das anstrengend Jetzt muss ich von der harten Arbeit mich erst mal auf die Bank setzen und Pause machen Boah, ich hätte so Bock, die zu erschießen, ne? Jetzt macht die da auch noch Pause Eine Ewigkeit später Und rein da So, Garderobe Hm Hier kann man sich bestimmt irgendwo umziehen Komm, verkleiden So Alter Club-Mütter-Klein Club-Mitarbeiter Das sieht aus wie aus einem Aus einem tollen Shop Guckt euch das mal an mit der Maske Du bist so fucking precious When you smile Alter, was für ein Club ist das denn? Toffee Na, egal Oh, ein Muffin Ein Blaubeermuffin Den nehme ich mit Personalarbeiterschlüssel So, als Mitarbeiter kann ich jetzt gucken, wo er ist Hallo, Sir Hallo Das auch ein ICA-Agent ist? Davenport hier Nichts zu informieren Aha Das ist also einer Ach komm Oh Gott Ah, Mann Warum bin ich da in der Menge untergetaucht? Scheiße So, dem Bruder müssen wir gucken, dass wir dem eine reinhauen Machen wir das am besten Nope Oh, tschüss Nein, er ist tot Und weg Und weg Na komm Haltet die Klappe Haltet die Klappe am besten So, dann wissen wir ja schon mal wer das ist Haltet die Klappe am besten Damit habt ihr euch verraten Nein Aber gut, dass ihr euch alle verraten habt Drei Drei Wir haben drei verloren Wenn jeder von euch wartet hat, um eure Chance zu schnappen, um die Klappe zu schnappen, um die Klappe zu schnappen Alles klar Du gehörst mir, Freundchen Eine Sicherung fehlt Amateur Hey Hey Mit deiner Mutter Und ich glaube, du hast gleich ein bisschen Gewicht auf dem Kopf Er merkt das nicht mal Und tschüss, Bruder Ups Ich glaube, das hat wehgetan Ja, wenn man nicht aufpasst Ich glaube nicht So, einen brauchen wir noch Werde ich, danke So Neuer Eingang Die rote Toilette So, gehen wir mal rein So, könnt ihr aufs Klo gehen Wenn ihr wollt Komm, komm, komm Wo seid ihr? Ja, das würde ich auch sagen Der, da könnte einer sein Halt die Klappe Hm Na, da bist du ja Ich wusste doch, du würdest dich zeigen So Oh, tschüss So, ist er doch hier raus irgendwie Er ist weg Dem habe ich das Gedick Ach, warum War doch noch mal eine geile Flucht hier Scheiße, wenn 47 mich entdeckt Gehe ich auch über den Jordan Du bist also auch einer Hast du Angst? Halt's Maul Ich gehe da durch, wo ich will Ja, ja, ja Okay, okay Kriegst du noch einer aufs Fressbrett? Danke Oh, fuck Das wird wohl übel Mit einem So, jetzt denken die, ihr seid ein Biker Ein bisschen Scharade tut ja gut Hm, Hammerhead ist schreiend in diese Richtung da gerannt Weg Tut euch selbst einen Gefallen, Jungs Uiuiui, das wird ja mal ein bisschen lustig Oh, tschüss Mir ist scheißegal, ob es nicht Ziel ist Hätte ja nicht schießen müssen Ach, raus hier Hm Mein Assassintraining? Scheiß ICA-Agenten, Mann Ihr denkt auch, ihr habt alles drauf, ne? Aber durch meine List im Tarnen habe ich es geschafft Zeit abzuhauen Diana, Diana Das gibt Ärger Das verspreche ich dir Ja, wer kennt's nicht? Ey, Sicherheit Entschuldigung Die war auf dem Geländer, Junge Sie hätte runterfallen können Und richtig, die Waffe auf mich Arschloch So Ach ja Hm, Amateure Los, raus hier Berlin ist ja voll scheiße Hab ich gerade gemerkt Kein Bock mehr hier Das war's jetzt mit Hitman 3 Und wir kommen dann zur nächsten Mission Das wäre dann das Ende einer Era In einem neuen Video Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine safte, knackige Bewertung da Äh, liken, wenn es euch gefallen hat Das liken wir nicht Und ich würde dann mal sagen Habt noch viel Spaß beim Zocken Follow, the whole Also addicted now To the world within Now you see The wicked side of me